Mein Nachbar Franz soll der Ladenbesitzer aus Wien sein? Sind Sie sich sicher? Ich blickte verwirrt von Petra zu dem Bild und schließlich zum Polizisten. Dieser schien ebenfalls etwas verwundert über die ganze Situation zu sein, aber er schrieb alles fleißig mit. Als ich mich wieder zu Petra wandte, wurde mir erst bewusst, dass ich meine Kugel mitgenommen hatte. Fast krampfhaft hielt sie sie in der Hand und blickte dabei wie gebannt auf das Bild. Darf ich es mir näher anschauen? fragte sie dem Polizisten. Er nickte ihr zu. Solange Sie nichts anfassen. Petra ging zu dem Foto und schaute es sich von oben bis unten ganz genau an. Sie kniff ihre Augen zusammen, um sie im nächsten Moment wieder weit zu öffnen. Ja, sagte sie voller Überzeugung. Ich bin mir sicher. Das ist der Laden. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Vera und ich haben Stunden darin verbracht. Petra drehte die Kugel einige Male in ihrer Hand. Dabei ließ sie das Bild nicht aus den Augen. Plötzlich schaute sie sich zu mir um, kam einen Schritt auf mich zu, blickte mich finster an und Tränen sammelten sich in ihren müden Augen. Du warst es. Du bist schuld an dem Tod meiner Schwester. Und jetzt versuchst du alles zu vertuschen. Du weißt genau, in welcher Verbindung Vera zu Franz stand. Du hast gewusst, dass er es herausfinden wird. Und deshalb hast du nun dafür gesorgt, dass er verschwindet. Ich stand wie gebannt mit dem Rücken zur Wand. Kein Mucks gab ich von mir. Lediglich ein fragender Blick ruhte auf Petra. Ich wollte etwas sagen, mich verteidigen, alles abstreiten. Doch als ich den Mund öffnete, fehlten mir die Worte. Der Polizist fasste Frau Meyer an die Schulter und zog sie sachte zurück. Ich nehme sie beide mit aufs Revier. Petra wurde zuerst aus dem Gebäude geführt. Unter Tränen gab sie einem weiteren Polizisten die Kugel, welche sogleich argwöhnisch begutachtet und schließlich verstaut wurde. Als ich in Begleitung von den Polizisten die Treppenstufen nach unten ging und am Polizeiauto angekommen bin, war für mich alles wie in einem Film. Oder vielmehr in einem Albtraum. Ich hoffte so sehr, jemand würde mich endlich aufwecken.